Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,3 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, die Lieferzeit betrug etwa 2 Wochen, was aber noch okay ist. Die Mütze hat einen tollen Schnitt, der mitwächst. Jeder bewundert sie und das für 5,99 Euro. Ich habe sie bei 40 Grad gewaschen und anschließend in den Trockner geworfen, das hat sie wunderbar. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.